Grüß Gott, wunderschönen guten Abend, einen kalten, aber schönen guten Abend aus dem Ernst-Happel-Stadion in Wien. Ich gratuliere Ihnen, Sie sitzen bei uns wieder richtig, Sie sitzen erste Reihe fußfrei beim internationalen Fußball im ORF. Sie sitzen hier quasi an der Out-Linie zum internationalen Fußball mit uns. Es ist eigentlich heute ein Champions-League-Mittwoch, ein klassischer Champions-League-Abend, allerdings angereichert mit UEFA-Pokal. Der UEFA-Pokal quasi als Vorspiel, aber wenn es nach den österreichischen Fußballfans geht, dann wird dieses Vorspiel heute zum großen Hauptereignis, zum Höhepunkt. Die Paarung, eine brisante, eine traditionelle Paarung, nämlich Österreich gegen Deutschland, Wien gegen München oder ganz einfach Eskarabit gegen 1860 München. Eine heiße Partie, ein langer, wahrscheinlich der längste Fußballabend, den wir in diesem Jahr für Sie bieten können. Das ist eine Gewinnchance für Sie zu Hause, Gewinnchance natürlich auch für Rapid und wie Rapid heute gewinnen will, das sagt uns jetzt hoffentlich Ernst Dokopil. Danke, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, kurz vor dem Spiel für uns. Wie schaut es aus mit der Aufstellung? Gibt es eine Überraschung für uns? Die Überraschung wird vielleicht sein, dass Gerd Wimmer vom Startwerk spielt, der wird gegen Czerny spielen. Sonsten gibt es keine Überraschungen, denn die fit sind, die werden spielen. Also das heißt, wir werden spielen mit Koch im Tor, mit Libero Hieden, mit den zwei Innenverteidigern Schöttl und Ardeitschek, dann mit einem Defensivmittelfeld mit Brosenik, Braun und Wimmer, zwei offensiven Mittelfeldspielern mit Peter Stöger und Michael Wagner und zwei Spitzen, Bexer und Stumpf. Warum haben Sie sich für diesen jungen Gerd Wimmer entschieden heute? Ja, Ardeins ist es so, dass er für diese Position als Bürgersatz in Frage gekommen ist. Er wurde schon öfters getestet auf dieser Position und er bringt auch wahrscheinlich etwas Schnelligkeit mit und auch den Ehrgeiz, um den Czerny zu bremsen. Hoffen wir, dass er das schafft. Es wurde natürlich vor diesem Spiel viel geschrieben, viel gesagt über die Rapid-Krise und so weiter. Haben Sie jetzt Grund zum Anlass, dass es heute wieder diesen Rapid-Geist geben wird? Ja, es ist so, dass dies unabdingbar ist, dass das ganz einfach sein muss. Wir haben uns gestern zusammen geredet, wir haben gemeinsam die Taktik besprochen, die wir spielen wollen. Und es ist so, dass ich das Gefühl habe jetzt vor dem Spiel, dass wirklich jeder will. Ich wünsche Ihnen, dass Sie recht behalten mit Ihrem Gefühl, wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Mannschaft, für dieses Spiel, bedanke mich. Das heißt also, wir können hinaufgehen zu unserem Kommentator, zu Peter Elstner. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen hier aus der Kommentatorkabine. Während die Rapid-Mannschaft aufgewärmt hat und auch danach, hat Rapid Pech gehabt. Denn nun ist draufgekommen, dass sich Torhüter Andreas Koch beim Aufwärmen verletzt hat. Und gerade jetzt wurde entschieden, dass an seiner Stelle Raimund Hedl nun das Tor von Rapid im Spiel gegen 1860 hüten wird. Der Rasen muss brennen, hat Ernst Dokopil in den Medien vor diesem Spiel verlangt. Und das erwarten vor allem die Rapid-Fans nach den Quereleien, die es also innerhalb der Mannschaft gegeben hat. Sie wissen ja, die Spieler waren nicht eins mit Ernst Dokopil. Man hat sich beim letzten Videostudio von 1860 zusammengesetzt und hat versprochen, heute zusammenzuhalten gegen diese Mannschaft. Die mit Meier im Tor spielt, Hofschneid als Libero. Jeremis und Kinds in der Dreierkette, die Trainer Lorent angeordnet hat. Im Mittelfeld Stevic, Abidi, Belé, Böhme. Hinter den Spitzen Czerny und Walker. Und Botten und Winkler die Sturmspitzen. Und was auffällt, Botten und Winkler zum zweiten Mal erst in dieser Saison zusammengespannt. Botten war ja lange Zeit an Drüsenfieber, dem Pfeiferschen erkrankt, konnte nicht spielen. Und 1860 hat immer mit einer Sturmspitze gespielt. Aber heute, da will man sich schon eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel in 14 Tagen in München verschaffen. Und vor allem ein Ziel hat die Mannschaft von Werner Lorent, ein Auswärtstor. Aber das soll verhindert werden. Von einer Mannschaft, die sieben Ausfälle insgesamt hat. Rapid, nämlich René Wagner verletzt, Jovanovic verletzt, Heraf. Zuletzt auch Oliver Freund, der so viel Ruhe ins Spiel gebracht hat, der Deutsche aus Freiburg. Und gesperrt sind ja Ipua, Pürk und auch der Libero der letzten Tage, Nikola Erkan. Aber viele Zuschauer haben den Weg hierher ins Happel-Stadion gefunden. Man rechnet, dass an die 30.000 heute diesem Spiel in der zweiten Runde des Sohefa-Pokals beiwohnen werden. Die Aufgabe, die Rapid hier gestellt wird, ist äußerst schwer. Der Favorit in diesem Spiel ist natürlich die Mannschaft von Werner Lorent, 1860 München. Hier haben wir den Schiedsrichter. Das ist der Franzose Alain Sars, der 36 Jahre alt ist. Hier die neue, unformierte Mannschaft, da haben wir den Gerd Wimmer, der gegen Czerny spielen wird. Wieder in der Mannschaft auch Schöttl und Radejcik, die ja lange Zeit verletzt war. Ja, zurückzukommen auf Rapid. Die Mannschaft hat im Europapokal eine wirklich beeindruckende Heimserie. Seit 1988 hat man nur ein einziges Mal verloren. Und das war gegen Manchester United in der Champions League mit 0 zu 2. Hier haben wir schon das Team der Münchner. Und hier haben wir den 48-jährigen Werner Lorand oder Werner Beinhardt, wie er in Deutschland genannt wird. Die Kapitäne, das sind der Goldgetter der 1860er. Das ist nämlich Bernhard Winkler. Und auf der anderen Seite Peter Schöttl, der damit den Peter Stöge, das zuletzt war, als Kapitän wieder abgelöst hat. Die Rapid-Hymne, das Rapid-Lied, während aufgeworfen wird. Und interessant wird sein, wie sich auch Raimund Hedl schlagen wird. Aber der Mann hat Erfahrung, hatte eine Unterleibsverletzung, konnte nicht spielen, ist dadurch aus der Mannschaft gefallen. Und heute hat ihn Ernst Okubil am Anfang nicht aufgestellt. Er hatte Koch, dem 31-jährigen Torhüter, das Vertrauen gegeben. Aber die Aufwärmverletzung hat dazu geführt, dass nun der 23-jährige Raimund Hedl, der ja auch für die Zukunft aufgebaut werden soll, im Tor von Rapid steht. Allerseits, der Schiedsrichter kommt aus Lorraine, in dieser Region von Frankreich. Er ist ein international erfahrener Mann, der zuletzt in der Champions League Feiernort gegen Kaschau, das 2 zu 0 gepiefen hat. Auch vorher schon international in der Champions League bei Steau, Bukarest gegen Glasgow Rangers tätig war. Und auch WM-Qualifikationsspiele geleitet hat, unter anderem Nordirland, Ukraine und Bosnien-Herzogewiener gegen Griechenland. Ein Mann, der sich auch nicht scheit, Elfmeter zu geben, das hat er bei den letzten Spielen auch in Kaschau oder gegen Kaschau, Feinort Kaschau bewiesen. Bei Rapid muss man gespannt sein, wie sich die neu formierte Abwehr schlagen wird. Libro spielt heute Martin Hieden, der ja ein trockener, schneller, konsequenter Spieler ist. Und wir werden gleich die Aufgabenverteilungen bei den Münchnern auch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ein Durchbruch hier auf der linken Seite von Michael Wagner. Ein Stottopil hat sich mit den Spielern ausgesprochen. Da haben wir Gerd Wimmer, den 20-jährigen Ex-Admiraner. Er hat unter anderem schon einmal im Unter21-Team mit seinem Gegenspieler gespielt, mit Harald Czerny. Abgeblockt hier vom Libro, von André Hofschneider. Hofschneider diesmal Libro oder zurzeit Libro, weil Fach etwas verletzt ist. Olga Fach normalerweise Libro, normaliger Teamspieler. Er leidet an einer Leistenverletzung und kann hier nicht dabei sein. So, langsamer Aufbau jetzt bei den Münchnern. Werner Lorent kann an und für sich auf die komplette Mannschaft zählen. Es fehlt einer, das ist Spielmacher Peter Nowak, der polnische Internationale. Rabit muss versuchen, mit einer wieder neu formierten Mannschaft zu einem Spielfluss zu kommen. Die Münchner haben auch ein bisschen Bammel. Man hat das gestern beim Training bemerkt. Man wird sich mit sehr strikten Aufgaben in der Defensive dem Gegner nähern oder den Gegner bekämpfen. Man hat ja im letzten Heimspiel zum ersten Mal in der Meisterschaft daheim gewonnen. 2 zu 1 gegen Wolfsburg. Hat dabei Manndeckung, strikte Manndeckung gespielt. Wenn man das heute auch tun wird, man wird sehen. Was ist das? Husseini. Dijarim is. Hidden vor Potten. Zwar nicht sicher, ob Laurent Potten einsetzt, weil er noch unter Substanzverlust leidet. Jetzt muss Radajcik zurückspielen. Benxer, gut weitergelaufen von Stöger Wieder Jeremis, ein sehr laufstarker Spieler Noch einmal Jeremis, Fehler des Abwehrspielers Also wenn die Sechziger unter Druck kommen, könnten sie zu verunsichern sein Dann wird den Serben Stewic Er erst zuletzt in die Mannschaft gefunden hat Man hat auch mit Kienz in der Abwehr gerechnet Er spielt hier auch, nicht dabei Malz, wie er von Walker ersetzt wird Erster Eckball jetzt für Raffin, dritte Minute Da haben wir Hofschneider, den großgewachsenen Libero Ein Tor, Bernd Mayer Gegenpol zum Mayer vom früher Rivalen Bayern München Bitter Stöger beim Eckball Gut ist der Ball herein gekommen Rosenig zu hoch Deutschen Medien haben die 1860er ganz klar favorisiert Traumlos, Wunschgegner Wir werden Wiener Walzer tanzen All diese Zeilen waren auch in der Deutschen Boulevardpresse in München zu lesen Und das hat natürlich die Rapidler aufgestachelt Die heute zeigen wollen, dass doch alles in der grün-weißen Mannschaft steht Aber die Pelé Ein versierter Legionär Der schon einmal mit Olympique nach See sogar Europacup-Sieger war Benxer gegen Jaremis Und Freistoß Sofort zu Boden gegangen Dann wird Kienz Und der Einsatz von Pelé Und abgeblockt von Martin Hegel Da haben wir Peter Backl Der ja Co-Trainer und Amateurtrainer bei 1860 ist Der hat wesentlich dazu beigetragen Dass die Mannschaft in die Erste Division aufgestiegen ist Es ist ja interessant, dass Werner Loren Der 48-jährige Coach 92, 1860 übernommen hat Und mit der Mannschaft aus der Oberliga Bis in die oberste Spielklasse Deutschlands Vorgestoßen ist Das ist eine ganz beachtliche Leistung Das Werner Beinhardt Wie er genannt hat Man deckt ganz konsequent Czerny läuft Wimmer nach Wagner Uh, fast wäre der Ball noch zu Peter Stöger gekommen Jetzt Czerny zum ersten Mal gegen Wimmer Braun Guter Schuss von Braun Also rapid in den Anfangsminuten Sechs Minuten sind knapp das Spiel Mit sehr viel Druck Da haben wir Martin Braun Ex-Freiburger, Ex-Kölner Der gerade gegen seine deutschen Kollegen hier auftrumpfen will Ist ja verständlich Noch einmal vorbei An Kintz dieser Schuss Loren hat ein bisschen um Kintz Weil wir gerade bei ihm sind Gebankt Er hatte sich im letzten Spiel gegen Wolfsburg die Schulter ausgekegelt Ist aber jetzt dabei Wir sehen schon Sonderaufgabe für Martin Braun Der zuerst geschossen hat Er spielt gegen Abedit Pelé Also er soll die Kreise Des Goalgetters und Spielmachers einhängen Von Pelé wird er in Abwesenheit von Mowak Sehr viel für die 60er abhängen Da haben wir Abedit Pelé 33 sagt man ist er Könnte auch schon älter sein Seine Stationen Turin, Lyon, Olympique, Marseille, Lille Und vorher Timale und Katar Also ein weitgereister Mann Da haben wir ihn Kintz Cerny Gegen Wimmer Der deckt ihn hautnah Wimmer ja auch einer der schnellsten bei Rapid Böme Das Ponton von Cerny Auf der linken Seite Pelé Nach wie vor verfolgt von Braun Guter Einsatz von Wimmer Man wird dem jungen 20-jährigen Exert Meraner wünschen Dass er heute eine gute Partie liefert Er zählt zu den großen Talenten im österreichischen Fußball Und wenn er sich heute hier bestätigt Dann könnte er sich sogar ein Stammleiberl auf diesem Posten Den Rapid nicht vollwertig besetzen kann Er kämpft Bernhard Winkler Das Um und Auf im Angriff Er ist auch Zweiter der Torschützenliste in Deutschland Mit acht Toren Der Gut von Benzer Guter Versuch Schönes Ferserl Vorbei an Kintz Und ein Wurf für 16 Stevic Den Ball gut vorbeigebracht Stöger Von ihm haben die Deutschen den meisten Respekt Stumpf Schön gemacht Stöger Verliert den Ball an Jaremis Mann mit der Nummer 16 Hier im Hinterfeld gefault Sehr laufstark der 16er 23 Jahre alt Ist über Görlitz und Dümen am U-Dresden 95 zu 60 gekommen Wolker Böhme Gegen Prosenik Gute Flanke Und zum ersten Mal hat Winkler seine Gefährlichkeit gezeigt Der Kapitän Das ist der Mann auf den ich immer ziele Sagt auch Harald Czerny Unser Mittelstürmer Er hat lange Zeit einzige Spitze gespielt Jetzt versucht er hier an den Ball zu kommen Im letzten Moment noch abgebrochen Und zwar von Peter Schöttl Im kurzen Eck da wäre Hedl gestanden Und da haben wir den Bernhard Winkler Den Kapitän Auch im Europapokal schon erfolgreich gewesen Mit zwei Toren Kurz die Ausgangssituation 1860 ist er ganz klar über den finnischen Klub Czespori gekommen Und einen international bekannten und national bekannten Beobacht haben wir Otto Baric der jetzt in der Türkei tätig ist Man munkelt davon Dass er eventuell wieder zu Salzburg zurückkehren könnte Braun Benxer Guter Haken Foul von Jaremis Bei den Münchnern sind Kienz und Czerny mit gelb vorbelastet Bei Rapid, Ratajcik, Michael Wagner, Braun und Grüner Der auf der Ersatzbank sitzt Er wird hier eingezwickt Klare Sache Gute Freistoßmöglichkeit Mit halb links Circa 28 Meter Vom Tor von Bernd Mayer entfernt Hieden verlangt 9 Meter Abstand Jaremis wird raussprinten Abgeblockter Schuss von Hieden Da haben wir Herbert Lohasker mit seiner Tochter Der Teamchef schaut sich natürlich seine Tistenaspiranten darunter auch Harald Czerny genau an Foul an Michael Wagner Also eine ist die Münchner sind deutsche Härte gewohnt Ratajcik Man kann gespannt sein wie vor allem Schöttl und Ratajcik konditionell mithalten können Sie haben doch lange nicht gespielt Benxer Stöger Dicht gestaffelt Dicht gestaffelt die Münchner Abwehr Erster Schuss von Stöger Er ja zweifacher Torschütze zuletzt beim Team Da haben wir Peter Stöger Der auch diesen Disput mit Trainer Tokopil entfacht hat Aber man hat sich zusammengerauft Sagen wir es so Hofschneider Kintz Interessanter Mann Der Mann mit der Nummer 2 ist von Lodromes und Mallorca Zu 1860 gekommen Im heurigen Jahr Vorher schon bei Eintracht Frankfurt 1860 in Mannheim gespielt Da haben wir ihn Er führt jetzt den Freistoß auf Gut aufgepasst von Stöger Rapid versucht sehr frühzeitig zu attackieren Man sieht es hier Knapp vor der Mittelauflage beginnt Rapid bereits zu attackieren Jetzt der erste weite Pass auf Czerny Aber Wimmer war schon wieder bei ihm Ah, da haben wir auch Franz Klammer Er macht Werbung nach wie vor Für die Olympia-Bewerbung des Dreiländerecks Italien, Slowenien, Österreich Schaut hier Harald Czerny auf die Beine Den er natürlich gut kennt Große Kärntner Delegation ist übrigens da Um eben Olympia-Werbung für Kärnten zu machen Hofschneider Libro geht mit nach vor Das kann gefährlich werden Böhme Sogt er verflanken Dann haben wir auch Dieter Kalt Er ist ein Eishockey-Funktionär Im Gespräch mit der JUC-Präsident Leo Wallner Auch Direktor der Casino AG Gerzkoff, der Bundesliga-Vorsitzende, heute nicht da Ist geschäftlich in Bratislava Ja, gestoßen jetzt von Czischdorff Ratajcik Der meiste Zeit gegen Bernhard Winkler spielt Der große Schöttl bei dem noch größeren Olaf Botten Der ja 1,94 groß ist Jeremis Guter Pass jetzt auf Czerny Möglichkeit zur ersten Flanke Und hineingerutscht sehr gut Martin Hieden Also wenn Wimmer überspielt ist Offenbar die Devise hat Martin Hieden auf den Schnitt zu gehen Erster Eckball für 1860er und Raimund Hiedl zum ersten Mal im Mittelpunkt Im Eckball wird ein Linksfischer treten Nämlich Böhme Der Links im Raum spielt Jörg Böhme, 23 Jahre alt Moment, Moment, abgepfiffen Da hat ein Münchner gestoßen Und seinem Kameraden freie Bahn geschafft Das Tor zählt nicht Hier noch einmal Eckball von Böhme Da in der Mitte diese Ranglerei Und Schiedsrichter Sachs hat bereits abgepfiffen Schauen wir das Ganze noch einmal an Botten war es hier im Kampf mit Czertl Fahl von Stumpf und Proseni Noch keine echte Tormöglichkeit auf beiden Seiten Und Sie sehen schon sehr, sehr viel taktisches Spiel Vor allem im Mittelfeld Sehr viele Zweikämpfe Die Münchner, die spielen mit einer sehr kompakten Abwehr Die Mannschaft attackiert erst in der eigenen Hälfte Wieder der weite Pass auf Czerny Der hüpft weg Es ist ein bisschen feucht geworden jetzt am Abend Da haben wir Präsident Günther Kaltenbrunner Der seinen Trainer nach wie vor den Rücken stärkt Und es werden ja Vertragsverhandlungen Zur Zeit mit Arnold Vettel geführt Der einen medizinischen Test hinter sichert Und morgen soll er unterschreiben Der Ex-Sturmspieler momentan bei Porto Auf dem Abstellgleis in Porto So, Braun Proseni Ist hier von Böhme gestoßen worden Hat der Schiedsrichter nicht gegeben Und Böhme im Konter Hier Remis Noch einmal Böhme Der über Eintracht Frankfurt Im 96er Jahr zu den Münchnern gekommen ist Schöner Pass von Wimmer auf Stöger Da müsste Wimmer mitgehen Jawohl Etwas zu weit Da ist der lange Hubschneider Ui, ui, ui Genau zum Gegner Sehr viel Ballkontakte Böhme bis jetzt Der nicht sklavisch da an der linken Outlinie hängt Wieder der Versuch Czerny anzuspielen Und zwar von Miroslav Stevic, dem Serben Ich sage Ihnen immer ein bisschen was zu den 60er-Spielern dazu Wenn Sie sie nicht so genau können Er ist 94, der Stevic von Dresden gekommen Hat aber früher bei Bartisan Belgrad gespielt Die erste gute Möglichkeit Benxer 19. Minute Prosenik Sofort übernommen Der Ball springt auf Ganz gefährlich für Bernd Mayer im Tor Hier noch einmal Dieser Kopfball von Prosenik Sofort übernommen Benxer Im letzten Moment nach dem Aufsitzen abgewehrt Zweiter Eckball für Rapid Wieder Peter Stöger Der kommt gut herein Wieder abgeblockt Wagner gegen Czerny Wimmer Schnell abgespielt auf Prosenik Und da wird Offside angezeigt Was ich mir nicht vorstellen kann Aber bitte Der Schiedsrichterassistent von Betracht-Digua hinweggekommen Gegen Brünn klar Gegen Betracht-Digua Mit ziemlich viel Bauch Schöttl Ein bisschen früher abspielen Jetzt formiert sich die Münchner Abwehr Wagner Braun Stumpf wird ganz genau markiert Von Marco Walker Der von Basel gekommen ist Und da haben wir den Goliador Rapiz Aus den glorreichen Tagen Hans Krankel Er ist hier mit Gavic Dem Trainer von Admir Avaka Die ja miteinander mal Bei Rapid eingespannt haben Ja, Braun versucht Berlin Nicht ins Spiel kommen zu lassen Die Münchner ist ja schon Im Aufbau gestört Bis jetzt stimmt das Konzept Dass Dokubil und die Mannschaft Gemeinsam ausgearbeitet haben Und sogar Abspielfehler Bei den Münchnern Man hat die Mannschaft bis jetzt Doch ein bisschen verunsichern können Denkse Guter Pass auf Schöttl Der Manndecker vorgekommen Gute Flanke Über Hat ausgeschaut im ersten Moment Als würde sie über den langen Bernd Mayer gehen Er 25 Jahre alt Über den TSV Eindink 93 Da haben wir ihn nach München gekommen Ui Da war ein Grausbüschel Der Hieden spielt sich da Hinten rum War ein bisschen riskant Aber ist gut gegangen Ratajic Zu weit Wollte hier ganz rechts proszenig anspielen Idee gut Ausführung Etwas mangelnd Der Mayer Schon 70 Bundesligaspiele Hat er auf dem Buckel Also er hat doch schon Ein routinierter Mann Hat er mal einen Argen Disput Mit Peter Backhult gehabt Wenn Sie sich noch erinnern Guter Einsatz von Gerd Wimmer Was war da? Foul von Stumpf An Hofschneider Gibt Schiedsrichter Salz Bis jetzt relativ ausgeglichen Rapid versucht mit Vorchecking Druck zu machen Die Mannschaft von München Ein bisschen verunsichert Aber ansonsten Eine sehr solide Arbeit Der Rapidler Und eine Abstimmungsschwierigkeit Jetzt in der Rapidabwehr Ratajic hätte zurückspielen können Oder den Ball früher wegschlagen müssen Auch Hedl hätte hier eingreifen können Das hat Ratajic offenbar hier reklamiert Stöger Jetzt ist ein bisschen Platz Auf der linken Seite geht der Michi Wagner mit Genauso ist ein Tor im Länderspiel gefallen Nach einem 60 Meter Sprint von Stöger Schade Im letzten Moment war da noch ein Bein dazwischen Wenn man so lange den Ball führt wie Hedl jetzt Dann beginnt das Spiel zu stehen Drei, vier Mal läuft man sich ja dann noch frei Und dann bleibt man stehen Also schneller Absprung Braun Verliert den Ball Winkler Das ist gefährlich Stumpf Also was da war Da hat sich der Pelé aber ein bisschen niedergelegt Ich glaube nicht, dass das voll war Da haben wir Stevic im Bild gehabt Volle Fälle Freistoß für 1860 Der größte Erfolg der Münchner Unter Max Merkel Deutscher Meister Einmal 1966 Und auch einmal war man Pokalsieger Ebenfalls mit Max Merkel Schüttel Zaui von Walke An Christian Stumpf Er ist der erfolgreichste Torschütze Rapids Mit insgesamt sieben Europapokaltreffern Payer war auch schon erfolgreich Und zwar einmal Rosenig Benxer Wagner Fehlpass von Wagner Stöger kann nur halb eingreifen Böhme Hofschneider Er spielt überall mit Wo es geht Dürfte gut in Form sein Czerny Kurzball spielt der Münchner Ist dann beim Training Wurden viele Standardsituationen geübt Flanken Schießen Zwei Kämpfe im Mittelfeld Jetzt Walker Böhme Foul von Prosenig Klare Sache K K K K K K K K K Wieder Winkler, der ganz schnell nach vorgekommen, um in die Flanke hineinzusprinten. War ein Foul von Jaremis, keine Frage. Jetzt müsste er abendschnell abspielen, rechts wäre Prosenik frei. Jetzt ist er laufstark, der 36-jährige französische Schiedsrichter. Bis jetzt korrekte und gute Spielleitung, schnelle Entscheidungen. Rapid hat jetzt auch schon eine Anspielstation zu finden. Abwehr von 1860 steht sehr gut, auch im Mittelfeld wird gut gedeckt. Und das ergibt Abspielfehler. Mike. Naja, auch die Münchner finden da vorne keine Anspielstation. Übrigens 7.000 bis 8.000 Fans aus München nach Wien gereist. Aber dass die Auswärtsmannschaft so spielt, das ist klar. Da möchten wir auf alle Fälle mit einem guten Resultat, das was für den Endzweck verspricht, nach Hause kommen. Naja, ein ungeschicktes Foul von Christian Stumpf. Auch wenn die Münchner da rumspielen, gefährlich wird es, wenn sie zum Flanken kommen, entweder von der linken Seite durch Böhme oder rechts Czerny. Und der gefährlichste ist der Bernhard Wilke, auf den wird man nachgeben müssen. Und Pelé, er kann auch von der Weite schießen, hier haben wir ihm im Bild gehört. Und der weite schießen, hier haben wir ihm im Bild gehört. Ja, da haben sich die Münchner jetzt wirklich gut befreit. Das war nicht einfach. Ball gespielt, richtige Entscheidung, Hieden. Ein bisschen ein gestreckter Fuß dabei. Pelé gleich aufgestiegen bei diesem Zweikampf gegen Hieden. Sich der Hieden den Ball etwas zu weit vorgelegt und musste dann hineintreten. Hier noch einmal. Jetzt kommt Hieden an den Ball und da ist schon Pelé. Wird schon abgespielt. Offside. Olaf Botten, Offside. Fast zwei Jahre lang unter pfeiferschem Drüsenfieber gelitten. Hat noch nicht so viel Substanz. Ist aber doch einer der Männer, auf die Werner Laurent zählt. Vor allem was die Zukunft betrifft. Ein Goalgetter, 29 Jahre alt, der von Rostock und Gladbach geholt wurde. Bis jetzt sehr viel taktisches Geplänkel. Keine Höhepunkte in diesem Spiel. Sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Große Konzentration, vor allem bei den Defensivaufgaben von beiden Mannschaften. Da sind kaum Fehler passiert und auf diese Fehler warten wir natürlich. Weil aus Fehlern gibt es Tore. Vielleicht auch aus guten Kombinationen. Das wäre das Positive. Eckball herausgeholt. Gerd Wimmer gegen Czerny. Die beiden verfolgen einander. Und da haben wir den Werner Laurent. Ganz interessant. Er hat noch mit Bruno Petzay bei Eintracht Frankfurt gespielt. Und die beiden sind sogar Pokalsieger in Deutschland geworden. Nur nachschauen, wann das war. 3 zu 1 war es gegen Kaiserslautern im 81er Jahr. Wieder Eckball durch Stöger. Abgewehrt. Aber beim Abpraller steht kaum wer. Noch einmal Stöger. Jetzt wäre es was für Stumpf. Benxer dazwischen. Da wäre Stumpf besser gestanden. Aber das hat der kleine Marek natürlich nicht sehen können. Dass Stumpf hinter ihm daher gebraust gekommen ist. Der Kopfball von Benxer geht vorbei. Hier noch einmal die Flanke von Stöger. Eine gute Aktion. Malke war hier noch dazwischen. Da haben wir Marek Benxer, der ja auch in Deutschland gespielt hat. Bei Eintracht Frankfurt. Und auch bei Dynamo Dresden. Prosenik. Jetzt hat er ein bisschen Luft. Braun geht nicht. Noch immer Braun. Gute Abwehr jetzt von Hofschneider. Der spielt einen wirklich guten, umsichtigen Libero. Moment. Der Pelé ist von alleine umgefallen. Der ist jetzt ausgerutscht. Linienrichter hat faul gewachelt. Pelé läuft. Nichts, eh klar. Jetzt rutscht er aus. War nix. Da haben wir den Martin Braun. Und da den Appetit Pelé. Stöger gegen Jaremis. Peter Stöger versucht heute auch sehr viel Defensivarbeit zu leisten. Das hat man ihm ja vorgeworfen, dass er dazu nicht bereit wäre oder es einfach nicht macht. Aber heute sehr viel Laufarbeit von Stöger-Peter. Momentan Patz-Situation, was das Spiel beider Mannschaften betrifft. Kompensation im Mittelfeld. Wagner, Foul Tiestewic. Freistoß. Gleich durch Stöger-Peter. Stöger ausgeführt. Wieder gefährlich. Große Botten drinnen. Auch Walker nach vorgekommen. Knapp zehn Minuten sind noch in der ersten Hälfte zu spielen. Sie haben es eingeblendet. 0 zu 0 in der zweiten Runde des UEFA-Pokals. Im ersten Spiel zwischen Rapid und 18.60. Noch einmal Freistoß von Stöger. Jetzt schon ein bisschen gefährlicher für den Raimund Hedl hier im Tor. Pellé gegen Braun wieder. Und? Was entscheidet der Schiedsrichter? Eckball. Hedl geht protestieren. Hier noch einmal die Wiederholung. Naja, ich weiß nicht mehr. Mir geht es so, dass ich eher gesehen habe, dass der Pellé den Ball hinaus befördert hat. Schiedsrichter Sachs entscheidet aber auf Eckball 4.18.60. Rosenig. Noch einmal Böhme, der den Eckball zur Mitte gegeben hat. Der Pellé ist ein König im Niedervollen, würde ich sagen. Noch einmal. Er spürt natürlich, dass da hinten Wagner attackiert. Und legt sich nieder. Schiedsrichter Sachs fällt darauf herein. Freistoß. Und das ist jetzt eine gefährliche Situation. Herr Böhme kann gut mit links schießen. Aus halbrechter Position. Es denkt sich offenbar jetzt auch der Werner Loren. Da kann es sich denken. Möglich, dass aus einer Standardsituation jetzt was passiert. Aus dem Spiel ist es beiden Mannschaften bisher nicht gelungen. Tschernig steht in der Mauer. Will hier wahrscheinlich eine Lücke aufmachen für den Böhme. Abgefälschter Ball von der Mauer. Gefährliche Situation für Rappi. Guter Freistoß von Jörg Böhme. Hier noch einmal. Beim kleinen Benxer hat der Ball sozusagen am Kopf rasiert. Es war der Wimmer. Noch einmal Eckball. Ball bleibt bei den Münchnern. Bis jetzt sehr fair, dieses Spiel. Das hat auch die Geste hier gezeigt. Schüttel und Stevic war es. Flanke von Czerny. Gefährlicher Rückpass von Wagner. Und getreten von Czerny. Gegen Martin Hieden. Die kennen einander aus dem Team. Da haben wir den Martin Hieden. Und vorher hat der Harald Czerny, bevor das Spiel begonnen hat, noch bei der Rapidbank mit den Rapidlern geplaudert. Hier noch einmal der Abpraller vom Kopf von Gerd Wimmer über das Tor von Hedl. Ja, mehr Druck will der Werner Lohrer. Enger beim Mann stehen. Eindeutige Handbewerber. Fall von Böhme gegen Martin Braun. Bis jetzt noch keine gelbe Karte in diesem Spiel. In den Lauf hineingelaufen vom Braun, der 60er Spieler. Benxer. Ein Tor vor der Pause, das wäre etwas Schönes. Das würde die Aufgabe von Rapid erleichtern. Knapp fünf Minuten sind dazu noch Zeit für die Mannschaft von Jens Kopp. Dann wird den Peter Bach. Stumpf. Hat Stöger den Ball noch. Jawohl. Gut gemacht. Schiedsrichter auf Ballhöhe. Gute Flanke. Benxer gegen Kinze. Der kleine Benxer hätte fast diesen Kopfball erwischt. Er hatte auch das wichtige Tor in Petav Tikva geschossen zum 1 zu 1. Und eine gute Flanke hier von Peter Stöger. Wieder Eckball von Michael Wagner. Scharf zur Mitte gebracht. Benxer. Noch einmal Wagner. Stumpf. Die erste gute Möglichkeit für den Rapid-Goal-Getter. Per Kopf. Aber das war schwer. War schon im kurzen Eck. Da hätte er den Ball also wirklich ganz, ganz kurz noch abscherzeln müssen. Der Winkel war auch schlecht. Aber eine gute Aktion jetzt von Rapid. Sehr viel Druck hier in der Schlussphase der ersten Hälfte. Da haben wir den Christian Stumpf. Er spielt ja heute, weil Libua gesperrt ist. Fassen wir mal kurz zusammen, was die Münchner betrifft. Hofschneider ein umsichtiger Libero. Zwei strikte Manndecker mit Kinze und Walker. Im Mittelfeld sehr fleißig Jaremis. Und Böhme links bis jetzt stärker als rechts. Czerny, der bis jetzt sehr gut bewacht wird von Gerd Wimmer, der hier den Ball wegbefert. Eine stetige Gefahr Bernhard Winkler, der Goal-Getter der Münchner. Und bei Rapid sehr viel Disziplin im Spiel, sehr viel Laufarbeit. Gutes taktisches Konzept mit Braun gegen Pelé. Wimmer gegen Czerny. Prosenik gegen Böhme. Und einen trockenen Libero mit Martin Hieden, der versucht da hinten nichts anbrennen zu lassen. Auch der Einstand von Radejcik und Schöttl, die ja lange Zeit ausgefallen waren, mit dem kann man zufrieden sein. Naja, ich weiß nicht, ob das was war. Auf alle Fälle ein Gurkerl von Stewitsch gegen Wagner. Und dann gibt es halt wieder einmal eine Foulentscheidung von Schiedsrichter Sachs. Ernst Dokopils Gespräch, da haben wir ihn mit der Mannschaft dürfte also rein, was das taktische Korsett Rapid betrifft, positiv gewirkt haben. Es ist auch ein Glück, dass Rapid jetzt zwei gleichwertige Torhüter mit Koch und hier mit Reim und Hedl hat. Ja, nur kein Risiko, denkt sich hier offenbar, Radejcik. Beile einmal ins Out. Kann sich die Abwehr wieder aufstellen. Die Münchner haben also 14 Millionen Schilling zu Beginn dieser Saison umgerechnet ausgegeben, um sich zu verstärken mit einigen Spielern. Das ist relativ gut gelungen. Man hat nicht so viel Geld gehabt, aber man hat es doch nutzbringend angewendet. Jetzt Möglichkeit über Prosenik. Geht hier vorbei am Libero. Herrlich gemacht auf Benxer. Aufgerollt. Braun. Und Handspiel. Handspiel. Das war Handspiel. Und nach einigem Zögern entscheidet Referee Sachs auf Handspiel von Stevic. Ich glaube, schaut hier auch zu seinem Schiedsrichterassistenten. Der Schuss von Braun wurde auf alle Fälle abgefälscht. Wir schreiben die 44. Minute. Was gibt Schiedsrichter Sachs jetzt? Nach diesem blitzartigen Konter von Rapid. Handspiel ganz klar und absichtlich ist auch noch von Stevic. Müsste die rote Karte geben. Da haben wir es. Auf alle Fälle Elfmeter. Der Schiedsrichter ist sich nicht ganz sicher, wer hier der Übeltäter war offenbar. Und was er geben soll. Elfmeter, den sich Peter Stöck einmal da auflegt. Naja, jetzt Aufregung. Was haben wir gesagt? Wäre schön ein Tor für Rapid in der ersten Hälfte noch. Und rote Karte. Ganz klar eine andere Entscheidung. Hätte es gar nicht geben dürfen. Es war absichtliches Handspiel. Dann haben wir Jeremis 16. Schauen wir noch einmal, wer es ganz genau war. Hier kommt der Ball. Wer war es? Walcker. Jetzt erkenne ich es. Walcker war es. Der Mann mit der Nummer 4. Ich habe es erst ausgeglaubt. Das war Kinze eventuell gewesen. Oder Stevic, den Dunkelhaarigen. Aber es war Walcker mit der Nummer 4. Und wen schließt er jetzt aus? Er hat natürlich, er ist arm, der Schiedsrichter. Zeitlupe hat er keine. Er muss sich auf die Angaben auch seines Linienrichters verlassen. Und wer muss da raus? Er schließt Kinze aus. Und Kinze geht jetzt raus. Er war es nicht. Der Walcker war es. Auf alle Fälle. Handspiel richtig gesehen. Nicht richtig gesehen, wer es war. Richtig auch die rote Karte. Im Prinzip. Richtig auch der Elfmeter. Und den wird jetzt offenbar Peter Stöger schießen. Da gibt es noch die gelbe Karte für Jeremis. Er ist nicht vorbelastet. Der Glück kann im nächsten Spiel dabei sein. Und Rapid jetzt in der Schlussphase der ersten Hälfte. Vor der Möglichkeit zum 1 zu 0. Da haben wir Martin Bender. Und Werner Leurer. So, jetzt kommt Kinze zurück. Bespricht sich wahrscheinlich mit dem Schiedsrichter Obmann oder mit dem UEFA-Delegierten. Schiedsrichter-Beobachter ist Werner Müller aus der Schweiz. Der UEFA-Delegierte Ludek Matschala aus Tschechien. Und die Entscheidung wird jetzt revidiert. Aus dem Spiel ist die Nummer 4, Walker. Hier haben wir ihn. Der Schiedsrichter-Beobachter und der UEFA-Delegierte haben offenbar nach Ansicht des Fernsehbildes, da unten gibt es ja Monitore, entschieden. Rote Karte zu Recht. Walker muss aus dem Spiel. Kind bleibt drinnen. Und Stöger schießt jetzt den Elfer gegen Bernd Mayer. So, Daumen halten aus österreichischer Sicht. Peter Stöger. Und drinnen. 1 zu 0 für Rapid. Nach der regulären Spielzeit der ersten 45 Minuten in der Nachspielzeit geschossen. Peter Stöger. Sein drittes Tor in dieser Europa Cup-Saison für Rapid. Und Rapid geht, man muss es sagen, verdient. 1 zu 0 im Führer. Achtung. Flachgeschossen. Bernd Mayer im Anderneck. Und es steht 1 zu 0. Das müsste der Mannschaft natürlich jetzt irrsinnig Auftritt geben. Für die Pause und für die zweiten 45 Minuten. Natürlich ein Schock für die Münchner. Ein Mann ausgeschlossen. Sie müssen den Rest mit nur 10 Mann spielen. Mit 10 Mann also in der zweiten Spielhälfte. Aber die Entscheidung war korrekt. Der Schiedsrichter hat nur im ersten Moment nicht gesehen, wer das Handspiel verübt hat. Aber ich glaube, das war jetzt wieder ein Beweis, dass man gut agieren kann, wenn die Schiedsrichter alle zusammenhalten, auch der UEFA Delegierte und der Schiedsrichter Beobachter. Man hat offenbar eine Anleihe beim Fernsehen genommen. Die Szene in der Wiederholung genauso gesehen wie wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass es nicht Kinds war, sondern dass es Valko war. Jetzt gibt es noch die rote Karte für Botten. Was war da los? Czerny geht protestieren, auch Kapitän Winkler. Offenbar hat Botten nachgeschlagen oder sonst irgendwas gemacht. Ich habe es im Moment auch nicht gesehen. Vielleicht zeigt es uns wieder die Wiederholung. Auf alle Fälle zweite rote Karte in diesem Spiel für 18,60. Gegeben vom 36-jährigen Franzosen Alain Sachs. Ich habe Ihnen zu Beginn des Spiels gesagt, er scheut sich nicht, Elfmeter zu geben und harte Entscheidungen zu treffen. Und er hat hier... Rot gezeigt. Moment, schauen wir noch einmal. Naja, die Münchner jetzt für den zweiten Teil des Spiels ist ziemlich geschwächt. Werden natürlich dann mit der Wut im Bauch nach der Pause wieder rauskommen. Werden auch versuchen in Interviews zu erfahren, was da los war. Werden jetzt natürlich eine Mauer vor dem eigenen Strafraum in der zweiten Hälfte errichten. Auf alle Fälle 1-0 durch Stöger nach der 45. Minute. Rote Karte für Walker und rote Karte, die zweite rote Karte innerhalb von wenigen Minuten für Olaf Botten, der hier seinen Gegenspieler Ratajic mit beiden Beinen hineinsteigt in die Realen. Und der Schiedsrichter hat diese erste Hälfte jetzt beendet. Die Rapid-Fans können sich freuen, enttäuschen natürlich auf dem Münchner Sektor mit den 7.000 bis 8.000 Schlachtenbundern, die hierher gekommen sind. Die erste Entscheidung war korrekt. Die zweite, muss ich sagen, war sehr hart. Aber wir haben schon die ersten Interviews unten bei meinem Kollegen, sind Gesprächspartner bei Andi Fellbach. Ja, bei mir steht der Peter Stöger. Zuerst mal Peter, Gratulation zu dem Tor. Aus der Sicht eines Spielers, wie war diese erste Halbzeit? Naja, war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften haben versucht, nicht zu viel zu riskieren. Bei uns war das klar, aufgrund der letzten Spiele haben wir noch nicht wirklich sehr, sehr viel Selbstvertrauen gehabt und wollten da nicht ins offene Messer laufen. Und dann gegen Ende ist es ein bisschen hektisch geworden, ob das der Hand war und wer da ausgeschlossen worden ist. Das ist von meiner Seite nicht zu sagen. Auch die zweite Rote war ich in der Vorhälzerbewegung, kann ich auch nichts sagen. Aber jetzt stehen die Chancen natürlich nicht schlecht. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht noch ein Tor schießen gegen einen Leute. Vor dem Elfmeter haben Sie unheimlich lange warten müssen. War das ein Problem? Ja, es ist zu einer Ewigkeit geworden. Aber es ging so viele Gedanken durch den Kopf und man versucht sich halt freizumachen. Und ich habe da mein Eke eigentlich schon gehabt, so lange habe ich Zeit gehabt. Wir sehen gerade den Elfmeter im Bild. Wie war der? Was haben Sie sich da überlegt? Ja, also ich habe mir ganz einfach in dem Moment gedacht, ich werde mir auf jeden Fall auf die 6 schießen. Und wenn ich ihn triffe, dann wird man wahrscheinlich nicht halten, außer ich schieße am Schleuchter. Zweite Halbzeit jetzt am Menschenmauer, wahrscheinlich vom 1860 Tor. Wie wird man da agieren? Naja, wir werden auf jeden Fall trotzdem kontrolliert spielen. Wir wollen jetzt dann auf jeden Fall zu Null spielen. Sondern wir möchten, dass wir gegen einen Mann, wenn man dumm spielt, ein Tor bekommt. Und das werden wir auf jeden Fall nicht riskieren. Danke Peter Stöger, ab in die Kabine. Und in Kürze geht es weiter mit Michael Knöppel und Markus Bürg, die die erste Halbzeit analysieren werden. Er ist unser heutiger Gewinner. Und gratulieren muss man auch dem Markus Bürg und Rapide. Damit sind wir wieder beim Thema. Ein spannender Schluss der ersten Spielhälfte. Ihr erstes Kurzresümee dieser ersten Spielhälfte. Ja gut, man muss sagen, wir haben eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Wir haben eigentlich die Aufgabe, die der Trainer uns gegeben hat, super befolgt. Also jeder ganz nah beim Mann zu. Und das hat sich Gott sei Dank belohnt durch den Elfmeter. Es hat sich natürlich kein besonderes Spiel ergeben, aber Biegen und Brechen war angesagt und das war klar, oder? Ja, wie der Peter schon gesagt hat, in den letzten zwei, drei Partien haben wir eigentlich einen Stoß zusammengespielt. Und wir müssen eigentlich zu unserer Ordnung finden. Und das haben wir jetzt ja gemacht. Und ich hoffe, dass der zweite Halbzeit so weitergeht. Schauen wir gleich nochmal rein in diese erste Spielhälfte. Wir haben die wichtigsten, die entscheidenden Szenen vorbereitet. Natürlich alles in der Schlussphase. Zunächst einmal die Geschichte mit dem Hens, das nicht so ganz klar war. Rosenik geht da sehr kraftvoll durch, dann Penxer. Dann kommt dieser Pass nach hinten, eigentlich ganz geschickt gemacht. Und wer da wirklich die Hand dran hatte, das hat selbst der Schiedsrichter nicht gleich gesehen. Zum Glück gibt es Fernsehen, zum Glück gibt es den ORF. Da sieht man es nämlich ganz genau, ganz deutlich die Hand zum Ball. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Damit der Ausschluss für Winkler und die Elfer-Chance für Stöger. Er hat gesagt, er hat sich das vorher schon überlegt, weil da ist ziemlich lang hin und her gegangen. Hier sehen wir den UEFA-Beobachter, der dem Schiedsrichter sagt, wer es wirklich war, weil der hat den ORF-Monitor gehabt. Ja, wie der Peter schon gesagt hat, er sucht sehr knapp, sehr früh schon gewusst. Und wenn man einen schlechten Schoss nicht hätte, dann vielleicht gehabt, aber er hat sich gerade in den Saar und der Elf geschmissen. Also ich habe keine Chance gehabt. Ein Tor, wenn auch nur unter Anführungszeichen ein Elfmeter, genau in der richtigen Phase. Bevor man in die Kabine geht, was Besseres gibt es nicht, oder? Ja, das ist eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Von Aufbau her, dass wir jetzt auch ganz am Schluss das Tor machen. Wir sind eigentlich belohnt worden für das, was wir sehr gut gewidmet haben und gekämpft haben. Und jetzt werden wir schauen, wie wird die zweite Abzelt. Hoffentlich geht es so weiter. Und jetzt noch ganz kurz zur zweiten roten Karte. Die hat man nicht so genau gesehen. Wir haben jetzt die richtige Szene, was da genau passiert ist. Und Sie werden sehen, es war eine klare Sache, dass es da nochmal rot gibt. Denn Radejcik wird da ziemlich wild angegangen. Ja, wir müssen schon wieder hinausgehen. Markus Bück, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich hoffe, die zweite Hälfte läuft in etwa so weiter rapid oben auf. Das Vorspiel für die Champions League wird zum Höhepunkt. Und damit geht es in Kürze wieder zu unserem Kommentator Peter Elstner. Ja, das sind die Bilder, die den österreichischen Fußball, speziell den Rapid-Fan freuen. Das ist der Jubel um Peter Stöger nach seinem Elfmeter-Tor. Knapp nach der 45. Minute, also in der Überspielzeit gegen 1860. Es wird jetzt einen Wechsel geben, und zwar bei 1860 München. Ins Spiel kommt ein früherer Nationalspieler, nämlich Holger Fach. Hier haben wir ihn im Bild. Und zwar kommt er statt Jörg Böhme, der doch eine eher offensive Rolle links an der Seite gegen Prosenik gespielt hat. Und Holger Fach soll also die Abwehr um Hofschneider, den wirklich hervorragenden Libero, nun verstärken. Der Schiedsrichter Saas hat zwei rote Karte gegeben, wenn sie erst später zugeschaltet haben. Alle ab der 45. Minute, Walger wegen Handspiels. Da hat der UEFA-Delegierte und vor allem der Schiedsrichterbeobachter Müller aus der Schweiz die ORF-Bilder zur Hilfe genommen und haben den richtigen Sünder, der Handspiel begangen hat, im Strafraum, nämlich Walger, identifiziert. Vorerst wollte Schiedsrichter Saas Kiez ausschließen, hat aber auf Anregung und Hinweis des Schiedsrichterbeobachters und des UEFA-Delegierten nach einem Fernsehbeweis. Das ist auch einer der seltenen Fälle, wo man einen Fernsehbeweis direkt heranzieht. Walger ausgeschlossen. Dann hat noch Olaf Botten gegen Ratajic getreten und es hat gleich darauf die zweite rote Karte gegeben. Und die München also nun 45 Minuten lang nur mit neun Mann. Das ist sicher eine wahnsinnig schwere Aufgabe. Und man muss sagen, Rapid müsste natürlich jetzt noch ein Tor schießen, versuchen auch keins zu bekommen. Aber angeschlagene Gegner, das wissen wir, die sind besonders gefährlich. Und die Münchner sind natürlich jetzt mit der Wut im Bauch da unterwegs. Das ist auch verständlich. Rapid wird es schwer haben. Darf den Ball nicht leichtsinnig her schenken, muss versuchen trotzdem kontrolliert Druck zu machen. Wie immer, bis jetzt sehr erfolgreich gegen Czerny. Braun hat gegen Pelé sehr gut gespielt. So, jetzt wird man eine Lücke suchen gegen die Mannschaft der Münchner, die sich natürlich jetzt da am 16er verbarrikadiert. Da hinten wird es nicht gut sein, wenn man den Ball rumschiebt. Tut der Schuss von Stöger. Abgeblockt. Und zwar von Fach und die Flanke von Wimmer im Bogen schon in Tor-Out gewesen. Und bei Peter Stöger, dem Torschützen, zum 1 zu 0. Sein drittes Europacup-Tor in dieser Saison hat er damit erzielt. Allgemein kann man sagen, es hat Rapid gut getan, dass man ein bisschen gestritten hat, aber sich danach zusammengerauft hat. Die Spreche, Stöger, Toco-Mannschaft mit dem Trainer. Und vor allem das taktische Konzept in der ersten Hälfte ist aufgegangen. Rapid leicht überlegen, verdient in Führung gegangen. So, Rapid spielt weiter mit den 2-Mann-Deckern. Ist aber auch ganz klar, die Decke, was die personelle Besetzung betrifft, ist bei Rapid sehr dünn. Es sitzen ja Red Star oder Amateurspieler mit Brisa, Breitenfelder und Hirsch auf der Ersatzbank. Von der A-Partie nur Zinkler und Grünner als Feldspieler auf der Ersatzbank. Hieden, zu weit für Braun. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man noch einen Stürmer da hätte, einen Ipour oder Bürg. Beide aber gesperrt, genauso wie Järkan, um das zu wiederholen, der Standard-Lieberer. Martin Braun, zum Leidwesen wahrscheinlich von Werner Loren, der ganz böse ist, bis jetzt sehr konsequent gegen Abedit Pelé gewesen. Da haben wir noch Spieler von Rapid, die sich aufwärmen. Da haben wir die junge Garde von Amateurspielern, die bei Red Star versuchen, sich so zu beweisen, dass sie auch hier einsetzbar sind. In der ersten. Ich wollte sagen, Rapid hat natürlich jetzt die große Möglichkeit, das Torkonto aufzubessern. Stevic. Und das wird ja notwendig sein, denn im Olympiastadion in 14 Tagen, da wird Rapid ein Hexenkessel erwarten. Bernhard Winkler, der Kapitän. Für ihn wird man nach wie vor aufpassen müssen, ein Mann mit ungeheurem Torinstinkt, sehr viel Laufarbeit, Fleiß, großem Einsatz, wirklich ein beeindruckender Spiel. Beim Rapid stürmt jetzt nicht mit allen Leuten, das ist klar. Man versucht sich da immer einige Reserven zu behalten, aber ein zweites Tor müsste natürlich jetzt her. Aber leichter gesagt als gemacht. Kinds, Ball ist im Abstand. Bange Minuten jetzt für den 1860-Trainer, den Werner Loren. Bitter hat er bis jetzt viermal gegen deutsche Mannschaften gespielt. 66-67 gegen Bayern München ausgeschieden. 1-0 in Wien. 0-2 auswärts. Dann gegen Eintracht Braunschweig im trauffolgenden Jahr ebenfalls. 1-0 in Wien. Und 0-2 auswärts. Dann gegen Dynamo Dresden weitergekommen. 3-0 verloren. Auswärts 5-0 dann. Große Klasse gezeigt im Rückspiel. Erinnern wir uns nur an die Tore von Hans Krankel. Und 86-87 dann gegen Lok Leipzig ausgeschieden. 1-1 und 1-2 nach Verlängerung. Wenn man sich daran erinnert, dann muss man zusammenfassen und von viermal, dreimal Rapid an deutschen Gegnern gescheitert. Die Ausgangsposition heute ist besser. Ja, geht's ruhig nach vorne, scheint der Ernst Okobel hier zu sagen. Traut's euch. Mehr Druck. Ja, ein bisschen was muss er schon riskieren. Das 1-0 könnte zu wenig sein. Vor allem müssten wir schneller spielen jetzt, von hinten raus, bevor sich da die Abwehr formiert hat. Abgebreut, der Pass von Stöger. Fehler von Fach war das. Stumpf hängen geblieben bei Hofschneider. Ja, er spielt wirklich gut. Pelé. Hieden. Braun. Da kann man natürlich den Ball laufen lassen, aber wichtig wird der entscheidende Pass vor dem 16er von 1860 München sein. Wo man dort eine Lücke findet. Da wird viel Bewegung, viel Druck wichtiger. Broseni. Braun. Ja, Fall von Stewic, aber das war auch ein taktisches Fall, um das Spiel ein bisschen aufzuhalten. Hier noch einmal. Und Stumpf. Und Tor. Und es wird nicht gegeben. Offside. Auch hier schnelle und korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Alain Sars. Den die Münchner natürlich nicht lieben werden, aber auch hier muss man sagen, jawohl, Entscheidung war korrekt. Stumpf war schon im Offside. Stumpf war schon im Offside. Fehler von Hieden, so leichtsinnig darf man nicht umgehen. Winkler, Czerny und wieder hat Wimmer aufgepasst. Bis jetzt dann los der junge 20-jährige Rapito. Stöger, jetzt ist da Raum auf der linken Seite. Noch immer Stöger. Benxer. Fall. Und zwar von Hofschneider am kleinen Benxer. Gute Freistoßmöglichkeit. Er könnte Rapid mit 2 zu 0 zum Rückspiel fahren, dann wäre das eine hervorragende Ausgangssituation. Da könnten Schießen Stöger, Prosenik, Radejcik eventuell, der auch einen harten Schuss besitzt. Offenbar Radejcik. Stöger wird ihn auflegen. Oder es gibt einen Freistoß-Trick. Prosenik, Benxer in der Mauer. Vorne lauert Stumpf. Radejcik. Schlecht abgespielt. Bei Radejcik spürt man, dass er also fehlende Matchpraxis hat. Czerny. Wieder ein Fehler von Radejcik, der diese ungute Situation jetzt heraufbeschwört. Ich glaube, dass es jetzt eine gelbe Karte geben wird. Und zwar für Schöttl. Schöttl ist nicht vorbelastet. Also eine gelbe jetzt für Schöttl, der den Fehler von Radejcik die Nachlässigkeit ausbessern muss. Das verschafft natürlich 1860 wieder Luft. Und die Mannschaft müsste unter Druck kommen, um vielleicht konditionell in Schwierigkeiten zu kommen, in numerischer Unterlegung. Das müsste das Ziel von Rapid sein. Jetzt wird man natürlich versuchen, auf Winkler zu spielen. Der hat auch probiert, ein bisschen Elfer rauszuschinden, aber nicht Bösch. Jetzt kommt der Sicherheitspass, ein bisschen mehr Risiko. Aber nicht hinten in der Opfer, sondern beim entscheidenden Pass. Vorne weiter, das wäre wichtig. Wagner. Stumpf. Schöttl. Benxer. Noch kein Meter Raumgewinn. Stöger sieht hier seinen Kollegen Proseni. Schön gemacht für Braun. Abgeblockt von Fach. Michi Wagner. Ein hässliches Foul jetzt von Jaremis. Vorteil gibt Schiedsrichter Sachs. Im Strafraum tut sie nix. Rapidler müssten versuchen, über die Seiten in den Strafraum von 1860 zu kommen. Ja, noch einmal das Foul von Jaremis. Da hat er Glück. Ball war weg von hinten, dem Michi Wagner die Beine weggezogen. Benxer. Solange Rapid mit nur einem Tor führt, geht es 1860 noch gut. Prosenik. Wieder den Ball verloren. Also mit dem Ball laufen ist nicht das richtige Rezept. Stewic. Und jetzt der Antritt von Czerny gegen Wimmer. Aber der ist fast gleich schnell. Zweck Foul von Wimmer. Freistoß für 1860. Und jetzt gibt es auch Gelb für Wimmer. Naja, das sind die Spielereien. Prosenik trippelt vorne, verliert den Ball. Und dann kommt natürlich der Konter. Und Wimmer muss hier ein Foul begehen, um Czerny zu stoppen. Hier sieht man es. Versucht sich einzuklinken. Und das ist klar. Da kann der Herr Saas natürlich Gelb geben. Und das ist gefährlich. Denn mit Belay und mit Winkel stehen gefährliche Kopfballspieler da. In den Reihen von 1860. Irgendwas Blödes kann da immer passieren. Nohomar Stevitsch. Nohomar Stevitsch. Winkel. Winkel. Wieder Foul in Winkel. Wieder von Schöttl. Na, jetzt hat er Glück, wenn da jetzt noch was passiert. Und klar sterben die Gegenspieler der Rapidler jetzt. War ein Foul. Aber er lässt sich zu spät fallen, Winkel. Es war vorher ein Foul von Schöttl. Hier. Schauen Sie. Und jetzt lässt er sich fallen. Schmerz ist erst nachträglich gekommen. Auf alle Fälle wieder gefährliche Distanz. Stevic ein guter Freistoßschütze. Auch Belay. Lauter Situationen, die eigentlich unnötig sind. So konzentriert hat Rapid in der ersten Hälfte gespielt. Und jetzt mit der numerischen Unterlegenheit von 1860 weiß man nur wenig anzufangen. Bis jetzt einmal. Drüber. So, also was hat man aus dem Vergangenen gelernt sozusagen? Nicht trippeln, Ballstafetten machen, Kurzpass spielen, einmal berühren, wenn es geht. Hört sich leicht an, glaube ich. Ist schwer zu machen. Und nicht so lange hinten rum spielen. Da vergeht die Zeit. Und der Gegner kann sich abstellen. Vielleicht sollte man auch öfter höher in den Strafraum reinspielen, um ein bisschen Druck auszuhören. Um vielleicht ein bisschen die Münchner Abwehr zu verunsichern, durcheinander zu bringen. Da hinten kann man stundenlang rumspielen. Das macht denen gar nichts. Der wird schon langsam zu einer Gefahr da hinten. Iden. Stöger in der Mitte wäre frei. Braun riskiert auch nichts. Pass nach hinten. Stöger, jetzt tut sich was wahrscheinlich. Jawohl, so gehört es. Einmal berühren. Der Remis. Und der Kunter. Schnellere Wechsel auf die andere Seite. Na klar, es ist schwer jetzt. Man darf die Geduld nicht verlieren. Man darf die Geduld nicht verlieren. Wieder Fehlpass von Ratajcik. Michi Wagner. Benxer, den springt der Ball wieder weg. Unglaublich. Stöger gegen Pelé. Gut gemacht von Brosenik. Und Wagner kommt nicht an den Ball. Jetzt ist es richtig. Jetzt wird der Druck von Rapid immer größer. Jetzt muss der Ball einmal auch rein. Da haben wir den Schiedsrichter Beobachter, den Schweizer Werner Müller, der also mit Hilfe unserer Fernsehaufzeichnung, den richtigen, nämlich Walker, durch Schiedsrichter Sachs ausschließen muss. Rosinic. Wagner. Ratajcik. Wimmer. Wieder Fehler. Ratajcik gegen Winkler. Muss sogar zurückspielen. Also der entscheidende Pass gelingt bis jetzt nicht, aber möglicherweise, dass wir ein bisschen zu ungeduldig sind. Braun. Ab da muss es effizienter gehen, schneller. Schön gespielt von Stöger. Rosinic und Stöger machen das bis jetzt noch am besten. BÖP-Präsident Mauerhardt, zuletzt erfolgreiche Feltler der Nationalmannschaft mit Herbert Prohaska, der auch hier ist. Schöttl, probier's. Jawohl. Tor. Und Tor. Bravo, Peter Schöttl feiert seinen Einstand mit seinem ersten Europa-Cup-Tor hier im ersten Spiel der zweiten Runde gegen 1860. 2 zu 0. Ein bisschen ungeduldig sind wir schon geworden, aber der Peter Stöger hat jemand gefragt, probier's. Und schon ist es geschehen. Keine Chance für Bernd Mayer im Tor der 60er, diesen Ziergel würde man in der Fußballersprache zu halten. Hier noch einmal. Ballrückzieher von Benxer. Stöger steht da daneben. Und das ist das 2 zu 0 für Peter Schöttl, den Kapitän. Hier noch einmal. Dropkick. Der versucht noch Kind den Ball zu erwischen. Fällt ihm, glaube ich, sogar noch ein bisschen ab. Wunderschöner Dropkick mit links. Und 2 zu 0. Und jetzt genießen wir die Freude des Peter Schöttl. Naja, der eine Klotsch, der eine Präsident unter Kaltenbrunner begleitet von Frau Hanne. Auf der anderen Seite der 1860-Präsident, Karl-Leinz Wildmoser. Er hat gestern den Eindruck hier gemacht, als würde er schon sicher wissen, dass seine Mannschaft hier gewinnt. Momentan steht es 2 zu 0 für. Vielleicht fällt noch ein Tor. 3 zu 0 ist besser als 2 zu 0. Hört sind wir ein bisschen unzufrieden. Nein, es ist alles in Ordnung. 2 zu 0 ist schon eine ganz fantastische Ausgangssituation. Aber klar, München haben es jetzt schwer. Nur mit 9 Feldspielern. Aber eines muss man sagen, die Unbesonnenheit von Olaf Botten hat natürlich der Mannschaft von Werner Loran doch einiges gekostet. Der ist nämlich kurz nach dem klaren Handspiel von Walker, da hat es überhaupt keine Diskussion gegeben, unnötigerweise dem Radejcik hineingestiegen. Und er hat seine Mannschaft noch mehr geschwächt, als er ohnehin schon gewesen wäre. Mit einem Mann. Möglicherweise, dass da Werner Loran auch seine Konsequenzen daraus ziehen will. Wieder Fehler von Radejcik. Schöttl setzt sich hier gut durch. Stevic. Guter Einsatz von Martin Braun gegen Hofschneider. Benxer. Braun. Ball von Hofschneider. Könnte man auch gelb geben, aber es wäre zu viel des Guten unter Anführungszeichen. Freistoß für Rapid von rechts. Hier noch einmal die Attacke von hinten. Freistoß durch Michi Wagner. Jeremis hier im letzten Moment vor dem aufgerückten Libro Martin Hiebel. Hier noch einmal. Michael Wagner. Und im letzten Moment war da der Kopf von Jeremis noch dazwischen. Und Millimeter. Eckball. Wagner wieder. Proscenic. Proscenic. Peter Schöttl hat sich da besser zurechtgefunden. Sogar mit einem Tor. Wagner. Jetzt will man natürlich auch keinen Ball herschenken. Rechts wäre Proscenic allein. Wagner. Rosenic probiert es hier ein bisschen zu sehr auf eigene Faust. Hier haben wir noch einmal Herbert Prohaska mit Schwiegervater, Dr. Außerwinkler und Leo Wallner. Kärntner machen ja ein bisschen Olympia-Reklame hier für die Olympischen Spiele in Dreiländeregg. Koppschneider. Bellé. Koppschneider. Bis jetzt hält das Bollwerk da hinten recht gut, muss man sagen. Bezwungen Bernd Meier nur durch den Weitschuss von Peter Schöttl. Und zwar von Bernhard Winkler. Sturmspitze zurückgekommen, um Hofschneider seinem Libero zu helfen. Schöttl überall, auch jetzt wieder abgeblockt, der Rapid-Kapitän. 25 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Torschützen bis jetzt. Stöger aus einem Elfmeter, 45. Und Peter Schötter. Ball von Penxer. Ja, da hat es ihm ein bisschen die Knie verdreht. Tut natürlich weh, aber Abedipelé steht schon wieder. Das Auswärtstor gegen Jaspori, die Finnern erzielt. In der 90. Minute des Auswärtsspiels. Winkler kommt gegen Ratajcik nicht an den Ball. Also Ratajcik in der Defensive, vor allem bei Kopfpälen, sehr stark und konsequent. Wagner, jetzt müsste er schnell passen. Rechts wäre der Proseniker rein. Kommt durch. Foul, anderer Teitschik. Ich glaube, der Sünder war Stevic. Jawohl, gehalten. Könnte man auch gelb geben, aber es ist genug, offenbar. Freistoß von halb links. Wieder Stöger und Hieden am Ball. Hieden, das ist schon einmal schiefgegangen. Braun. Prosenik. Nicht trippeln. Da verzettelt sich der Christian Prosenik. Ein bisschen früher flanken, wäre besser. Dann wäre Peter Bakkult. Auch seine Mine ist eher steinern geworden, ist ganz klar. Er hat Rapid zuletzt verlieren gesehen in der Meisterschaft beim GAK. Und hat sich natürlich nach dieser Niederlage der Rapidler in Graz hier Hoffnungen gemacht, berechtigt auf einen Erfolg. Aber momentan steht es 2 zu 0 für Rapid. Übrigens Klaus Augenthaler, der bis jetzt sehr erfolgreiche Coach von GAK, hier als Fachkommentator und Interviewpartner für die deutschen Kollegen, die übertragen. Michi Wagner. Und jetzt schneller abspielen. Jetzt braun am rechten Flügel. Und Kopfball von Wagner, aber zu schwach. So, wir sind gleich in der 75. Minute. Da beginnt ja bekanntlich die Rapid-Viertelstunde. Und Rapid müsste natürlich betrachten, auch aufgrund der numerischen Überlegenheit, ein drittes Tor zu erzielen. Ich meine, 2 zu 0, wer hätte das vorher gedacht? Gegen 18,60, eine super Ausgangssituation. Aber die anderen sind zwei weniger. So, jetzt klatschen die Rapid-Viertelstunde ein. Benkser. Nach daneben. Ja, aber das wäre was. Ein bisschen Risiko. Nicht nur den Ball auf sicher hin- und herschieben, sondern einmal was probieren. Riskieren. Der Peter Schöttl hat riskiert, hat getroffen. Der Marek Benkser hat es hier zumindest versucht. Wenn man durch das Bollwerk der blauen Tonne durchkommt, dann mit Weitschießen probiert. Marek Benkser mit Deutschland-Erfahrung. Wenn man den Ernst-Dokkupil vom GRK dann zu Rapid gehört hat. Brosenik. So, jetzt muss ein bisschen Tempo noch dazu. Irgendwann müssten ja die in numerischer Unterlegenheit spielenden München auch ein bisschen müde werden. Stöger, der kann von der Weite schießen. Ja. Braun. Rosenik. Gute Flanke. Wimmer gegen Czerne. Das alte Duell. Stöger. Braun. Abgeblockter Schuss. Müsste Eckball geben. Jawohl. So. Da klatschen die Rapid-Fans die Rapid-Viertelstunde ein. Der zwölfte Mann, wie so oft bei Rapid, macht Dampf. Das Publikum. Und auch Ernst-Dokkupil macht Dampf. Wieder ein Bein am Kopf dazwischen. Aber Foulspiel. Hohes Bein von Wimmer. Indirekter Freistoß. Schiedsrichter Allaisar ist wirklich sehr gut. Alles korrekt entschieden. Den Ausschluss von Walker. Mithilfe des Fernsehens. Und Mithilfe des Schiedsrichterbeobachters. Vielleicht ein Weg für die Zukunft auch. Was also die genaue Auslegung eines Spieles betrifft. Braun. Stöger. Jetzt ist ein bisschen Platz. Lorenz an der Outlinie. Hüpft rum wie das Rumpelstilzchen. Hier haben wir Statistik. Dies ganz klar geht die Zukunft Rapids aus. Aber es hätte auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Bei diesem Verhältnis von Spielern. Auf dem Spielfeld. Wichtig ist natürlich, dass Rapid kein Auswärtstor. Oder keinen Gegentreffer erhält. Dass also München kein Auswärtstor gelingt. Nein, Gott, na, Prosenik. Wohin? Wahrscheinlich ist es auch schwer für die Spieler, da Konzentration zu behalten. Irgendwo im Unterbewusstsein hat man das Wissen in sich, dass man zwei mehr auf dem Spielfeld hat. Dass es leicht geht. Aber so leicht geht es nicht. Und jetzt ist Platz. Gingen geblieben, Stelic. Und Schüttl. Auseinander. Wagner. Stöger. Benxer. Die Möglichkeit auf das 3 zu 9. Braun setzt sich hier durch. Gegen Bernhard Winkler. Sturmspitze zurückgekommen an den eigenen Strafraum. Ja, der Durchbruch von Benxer hätte es eigentlich bringen können. Dieses ersehnte 3 zu 0. Dass vieles klar machen könnte. Wagner. Kein Fall. Entscheidet schließlich der Saas hier im Duell gegen Jeremis. Der Michi kann es nicht glauben. Schauen wir mal. Nein, nein. Den nicht berührt. Und wenn, dann eigentlich nur gestreift. So, knapp 10 Minuten haben wir noch. 2 zu 0 führt rapid durch Tore von Peter Stöger. In der 46. Minute ist ein Handelfmeter. Walfke wurde ausgeschlossen nach Intervention. Auch die Schiedsrichter beobachtet, dass der genau gesagt hat, dem Schiedsrichter, wer das Handsprung begangen hat. Dann Boden ausgeschlossen, wenn sie erst später zugeschaltet haben. Gleich im Anschluss nach einem Tritt in einem Zweikampf gegen Radejcik. Es war eine sehr harte Entscheidung, aber vertretbar. Und dann das 2 zu 0 durch. Peter Schöttl in der Mitte der zweiten Spielhälfte mit einem Weitschuss. Herrlicher Dropkick mit links. So, und die Rapid-Fans warten auf das dritte Tor. Sie wahrscheinlich zu Hause auch. Man könnte dann doch relativ ruhig ins Rückspiel gehen. Bei 2 zu 0 kann noch alles passieren. Gut gespielt auf Braun jetzt. Gute Flanke. Und da ist das Tor. 3 zu 0. Soeben war angesprochen. Und Marek Benxer schießt es. 3 zu 0 für Rapid. Herrliche Kombination. Endlich einmal von der Seite durchgeführt. Und Marek Benxer schießt das 3 zu 0. In der 81. Spielminute. Hier noch einmal. Wunderschöne Flanke. Torhüter kann nicht eingreifen. Und der kleine Marek Benxer ist da. Und es steht 3 zu 0. Und das müsste sich doch ausgehen. Auch im Rückspiel. Das Rapid-Tief. Nächste Runde im UEFA-Pokal erreicht. Hier noch einmal. Martin Braun. Heute schon in der ersten Hälfte. Überzeugend gegen Abedip Pelé. Flanke. Benxer. Er hat schon das wichtige 1 zu 1 gegen Petr Tickwe erzielt. Und auch hier. 3 zu 0. Gutes Direktspiel. Wagner. Stöger. Braun. Benxer. Und 3 zu 0. Und der Hans Kranke geht hier mit Miklowic weg. Freut sich für seine Mannschaft. Rapid führt 3 zu 0 gegen 1860 München. Und jetzt gibt es eine gelbe Karte. Auf der gegenüberliegenden Seite, während wir hier Benxer haben, noch einmal jubeln. Auf der drüben Seite hat es eine gelbe Karte gegeben. Er sucht den Kapitän. Naja, und da hat der Peter Schöttl schon eine gelbe Karte hat, gibt es gelb rot. Und er ist im nächsten Spiel wieder einmal gesperrt. So. Damit die Münchner nur noch um einen weniger. Hier noch einmal. Schöttl reißt hier Czerny nieder. Aber ist ganz klar, er hat versucht hier keinen Gegentreffer einzuheimsen. Hat den Ausschluss riskiert. Und der Ausschluss ist auch prompt gekommen. Jetzt nur kein Tor aus dieser Situation. Es wäre das Auswärtstor für die Münchner, das die erzielen wollen, das Rapid aber vermeiden möchte. Nichts ist. Zum Glück. Aber Rapid auch einen Mann weniger. Jetzt kann München natürlich noch einmal probieren, ein Tor gut zu machen. Man ist nur noch einmal einen weniger. So, jetzt könnte man eigentlich das Match ruhig nach Hause spielen, den Ball unter Kontrolle halten. Braun setzt sich wieder durch. Und abgeblockt von Hofschneider, der wirklich souverän da hinten spielt. Wir haben kurz einen Interviewpartner bei Andi Felber. Ja, Peter Schäuert, was steht da bei mir? Wie sehr schmerzt die Gleimrote Korte? Ja, wenn das Spiel 3-0 ausgeht, dann eigentlich nicht wirklich. Weil mit einem 3-0 hat keiner gerechnet. Und im Rückspiel in München schaut das personell bei uns wieder viel besser aus. Und es war wichtiger, dass da kein Tor passiert. 3-0, die Führung, kann da noch was schief gehen in München? Ja, natürlich, da kann da genug schief gehen. Wenn es so bleibt, haben wir eine gute Basis gelegt. Aber dort erwartet uns sicher einiges. Weil so werden sich die Löwen sicher nicht aus dem Europacup verabschieden wollen. Danke, Peter Schäuert. Na ja, der Peter unterstreicht das, was wir hier vorher gesagt haben. Er ist das Risiko eingegangen, um dieses Auswärtstor der Münchner zu vermeiden oder zu verhindern. Wie lange geht es noch? Knapp 5 Minuten. Rapid weiter auf dem Vormarsch, Wimmer. Aber da sieht man, wie gefährlich dieser Harald Tscherné ist. Einmal bei Wimmer vorbeigekommen. Schöttl musste, helfend eingreifen und schon hat es Gelb-Rot gegeben. Aber im Schnitt wurde Harald Tscherné, vor dem die Rapidler doch einigen Respekt gehabt haben, sehr gut von Gerd Wimmer in Schach gehalten. Vor allem in den ersten 45 Minuten. Stöger, ein herrlicher Schuss und herrlich gehalten von Bernd Mayer. Super Aktion bei jeder Spieler. Der Peter muss ein sehr positives Gespräch mit dem Ernst Okubil geführt haben, weil der ergeigt heute direkt, muss man sagen. Auch der Elfer dürfte ihm Auftrieb gegeben haben. Guter Weitschuss gegen das Münchner Bollwerk da in der Abwehr. Schön gehalten. Sehr schöne Aufnahme. Stumpf! Mard hat der Pech gehabt. Der bis jetzt erfolgreichste Torschütze im Europapokal für Rapid, Christian Stumpf. Noch einmal. Wieder ja im kurzen Eck. Gut abgescherzelt, aber etwas zu hoch. Nein, 4 zu 0 wäre unausdenkbar gewesen. Ich bin neugierig, ob der Gerd Wimmer auch in der Meisterschaft eine Chance von Ernst Okubil erhält zu spielen. Bürg wird ja da wieder im Kader dabei sein. Verdient hätte er sich's. Michael Wagner heute mit einer sehr mannschaftsdienlichen Leistung, das muss man auch sagen. Sehr fleißig, sehr aufmerksam. Schön langsam dürfte er doch zu der Rolle finden, die ihm seinem Talent eigentlich nach zusteht und gebührt, die er aber auch, wie soll man sagen, erarbeiten muss. Prosenik riskiert viel, probiert viel, verliert aber dadurch sehr, sehr viel Bälle. Wieder ein Konter über Jaremis. Freistoß. Jaremis hat durch seine Laufarbeit und seinen Einsatz wirklich bestochen. Die Münchner werden dieses 3 zu 0 natürlich versuchen aufzuholen. Wichtig wäre im Rückspiel, das ist eh klar, dass Rapid ein Auswärtstor gelingt. Dann wird die Aufgabe von 18.60 sehr, sehr schwer. So, knapp zwei Minuten sind noch zu spielen. Christian Stumpf, links geht der Wagner. Und er verliert den Ball an Fach. Fassen wir kurz zusammen. Taktisches Spiel beider Mannschaften in der ersten Hälfte. Rapid sehr gut eingestellt. Mit strikten Aufgaben für Braun gegen Belé, Wimmer gegen Czerny. Im Mittelfeld Wagner gegen Stevic. All das klappt. Und turbulente Schlussphase in der ersten Hälfte. Handspiel von Walker, das erst später genau registriert wird durch den Schiedsrichter Beobachter und den Schiedsrichter Sachs. Elfmeter von Stöger, rote Karte, wie gesagt, für Walker. 1 zu 0. Rot dann auch für Botten nach einem Foul an Radajic. Und in der zweiten Hälfte, 18.60 mit zwei Mann weniger. Schöttl schießt das 2 zu 0. Das 3 zu 0 dann durch Benxer. Und dann wird auch noch Schöttl ausgeschlossen, nachdem er schon Geld erhalten hat. Mit Geldroh. Also ein turbulentes Spiel, das aber die Rapid-Fans natürlich befriedigt haben werden. Ich hoffe, sie daheim auch. Auf alle Fälle Rapid mit einer super Ausgangssituation für das Spiel in München. Wagner mit rechts. Noch einmal Wagner. Stumpf kommt dicht an den Ball. Wildes Sehnen jetzt in der Schlussphase hier. Vor dem Münchner Tor. Noch einmal ein Konter für 18.60. Stewitsch. Stöger gegen Kienz. Gut gemacht. Stöger heute mit einer super Leistung, muss man sagen. Sowohl in der Offensive als auch Defensiv, wo man ihm immer Mängel vorgeworfen hat. Und der jetzt mit der Kapitänsschleife von Peter Schöck. Noch einmal Braun, der die Vorarbeit zum 3 zu 0 geleistet hat. Benxer. Jetzt sollte nichts mehr anbrennen in dieser letzten Minute. Wir sind ja eh schon in der 90. Noch einmal Braun. Ball. Noch einmal Freistoßmöglichkeit für Rapid. Die Münchner haben beeindruckt, wie sie sich gewehrt haben. Das muss man ohne Zweifel auch sagen. Die Mannschaft von Werner Lorand hat ihre Kampfkraft hier gezeigt. Spielerisch hat sie sich in der ersten Hälfte nicht entwickeln können. Da hat die Taktik von Ernst Dokopil sehr wohl gestimmt. Und hier noch einmal die Chance von Prosenik eingeleitet. Von Wagner. Da muss man sagen, schaut, dass er den Ball nicht auf den linken Fuß bekommen hat. Aber wieder gut reagiert von Mayer, der schon einen Schuss von Stöger entfernt hat. Kurz vorher. So, noch eine Möglichkeit für Rapid. Noch einmal Freistoß. Stöger hat Taitik am Ball. Auch Hieden. Er schießt selbst drüber. Jetzt müsste es dann gleich aus sein. Auf alle Fälle. Ernst Dokopil hat seine Mannschaft noch einmal motivieren können. Bin gespannt, wie es am Wochenende gegen den Lask gehen wird. Beim Heimspiel gegen die sehr starken Linzer. Und hier noch einmal die ganze Aktion mit der Chance von Wagner. Die Mayer hier vereitert hat. Na ja, neuer Geist oder frischer Geist wieder bei Rapid. Er hat einen 3 zu 0 Erfolg gebracht. Sicher auch aufgrund der numerischen Überlegenheit nach zwei roten Karten, die Schiedsrichter Saas gegeben hat. Aber er war ein korrekter Spielleiter. Der Schiedsrichterbeobachter hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Rapid hat das eine ganz, ganz hervorragende Ausgangssituation für das Rückspiel verschafft. Ernst Dokopil kann zufrieden sein. Ich hoffe, im Sinn der Rapid-Fans, dass dieser Geist anhält. Vor allem für das Rückspiel. Da erklärt Saas noch einmal Kins. Warum er ihn nicht ausgeschlossen hat schlussendlich. Vorerst hat er ihn ja genannt, statt Walker. Hatte vorerst Kins die rote Karte gezeigt. Jetzt ist alles klar. Rapid gewinnt also 3 zu 0. Der Rapid-Hanhang jubelt. Die Spieler verabschieden sich. Die Münchner gehen zu ihren Fans. Harald Czerny verabschiedet sich hier von Peter Schöttl, seinen Teamkollegen. Man wird einander in 14 Tagen in München wieder begrüßen. Wir können schon gespannt sein, wie sich dort Rapid im großen Olympiastadion von München aus der Affäre ziehen wird. Stefan Ebner begleitet hier Peter Stöger vom Spielfeld, der Manager von Rapid. Die Gratulationen natürlich von allen Seiten, die sind berechtigt, wir schließen uns an. Und hier haben wir den Mann, der das erste Tor erzielt hat und der heute auch für die Impulse im Rapid-Spiel gesorgt hat, Peter Stöger. Wir werden sie natürlich auch mit Interviews versorgen. Der Auftakt dieses heutigen Abends aus österreichischer Sicht war ganz hervorragend. Jetzt wünschen wir uns nur, dass Sturm Graz im weiteren Bewerb des Europacups, dem Pokalsiegerbewerb in Griechenland gut abschneidet. Dann wären auch wichtige UEFA-Punkte für Österreich einzufahren. Und das würde bedeuten, dass wir uns in der UEFA-Rankliste nächstes Jahr auch verbessern. Dieses 3 zu 0 trägt natürlich dazu bei. So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns einmal vorläufig. Ja, wir spielen ein bisschen Werbung und dann geht es gleich zu den Interviews dieses Spieles. Ich verabschiede mich hier von Heroben mit diesem 3 zu 0. Ich brauche ein bisschen Freude im Herzen für die Rapidler. Ja, bei mir steht der Peter Stöger. Peter, herzliche Gratulation zum 3 zu 0. Was war eigentlich nach dem 1 zu 0 in der zweiten Spielhälfte das Schwierige, gegen acht Leute zu spielen? Naja, das Schwierige ist halt das, dass man ganz einfach in keinen Konter laufen würde. Das habe ich ja schon gesagt. Das war für uns einmal das Entscheidende, dass wir zu Null spielen, zu Haus. Das wollten wir, da wir numerisch überlegen waren. Und dann hat man halt ganz einfach Ruhe haben müssen und auf die Torchancen hinspielen. Und es ist natürlich dann immer die Frage, ob man es rein macht. Aber wir haben heute die paar Chancen nicht mehr gehabt. Haben wir super verwertet. Und jetzt ist einmal einigermaßen eine gute Ausgangsposition. Aber darüber sind wir noch lange nicht. Inwieweit hat sich Rapid jetzt ein bisschen aus der Krise geschossen, die in der Meisterschaft leicht vorhanden war? Ja, das wird man sehen. Das war jetzt ein Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir mit Disziplin und mit Einteilung, was wir besprochen haben, Gott sei Dank, hat es doch ein bisschen was genutzt, was wir besprochen haben. Dass man doch ein gewisses System, ein bisschen ans wenig sein bringen kann, dass der eine den anderen helfen kann. Und das ist dann schon immer ein kleinerer Schritt aus der Krise, wenn wir sehen, ob wir da anschließen können. Danke Peter Stöger und so weiter ins Studio zu Michael Knöppel. Ja, hier aus dem Studio die Kurzanalyse. Oliver Freund war so freindlich. Oliver, wie war es auf der Tribüne? Sehr mitreißend, muss ich sagen. Also erstmal ein riesen Kompliment an unsere Mannschaft. Wir haben spielerisch, wie auch kämpferisch absolut überzeugt und haben gegen neun Sechziger wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das ist auch gar nicht so leicht, muss ich sagen. Muss man nicht die Euphorie ein bisschen bremsen, weil halt Glück dabei war, Schörtelschuss abgefälscht und so weiter? Ja, natürlich. Glück gehört im Fußball immer dazu. Heute haben wir das Glück gehabt und vielleicht haben wir es im nächsten Spiel wieder nicht. Gut, genauere Analyse in Kürze. Wir müssen zurückgeben, melden uns aber noch einmal hier aus dem UEFA Cup-Studio des Wiener Ernst Happelstaat. Und jetzt geht es aber zunächst weiter mit Rainer Pariasektan und mit dem Champions League-Abend. Von hier vorerst einmal auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen schönen Abend jetzt auch von dieser Stelle aus und Gratulation an Rapid zu diesem 3-0-Sieg über 1860 München. Wir werden auch gleich wieder ins Happelstadion zurückschalten. Zuvor mal ganz kurz den Fahrplan, möchte ich Ihnen noch sagen, für den heutigen Champions League-Abend. Wir übertragen live Bayern München gegen Paris Saint-Germain und bringen dann ausführliche Zusammenfassungen der Partien Parma gegen Borussia Dortmund und Manchester United gegen Feyenoord Rotterdam. Und dann natürlich auch noch Kurzberichte aller anderen neuen Partien. Jetzt aber gleich wieder ins Happelstadion und so in Femmettel. Ja, und wir sitzen hier mit dem Trainer, mit Ernst Okupil. Ich darf die Gratulationen von aller Seite natürlich auch an Sie weitergeben. Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Ja, das freut mich natürlich, dass es gerade im Europapokal wiedergeklappt hat. Aber es war ein artes Stück Arbeit, das wir hatten mit der Mannschaft und die Mannschaft und ich sagen wir. Und es war ein Spiel, das eigentlich auch in der Zeit, wo 1860 Elfmann am Platz hatte, keinesfalls von ihnen beherrscht wurde. Wir haben sehr gut gespielt, haben Druck gemacht, haben versucht auch zu kontern, haben Tore zu schießen und haben in der Zeit dann die 1860 so weit gebracht, dass sie eben verunsichert wurden, dass sie Probleme hatten, dass sie Ausschlüsse hatten und dann mit den Toren natürlich war es entschieden. Wir kommen noch zu einer ausführlichen Analyse, schauen uns dann natürlich auch nochmal die Tore an. Jetzt gehen wir aber kurz nochmal hinaus, denn da wartet Gerd Wimmer, der junge Spieler, der gegen Czerny gespielt hat. Ja, Gerd Wimmer, Gratulation, Sie haben den Flankengott, den Harald Czerny entschärft. Was war das für ein Gefühl, erstes Mal von Beginn an gegen Rappé Rapid zu spielen, da gleich im Europacup und den Harald Czerny, den Flankengott des Nationalteams zu entschärfen? Ja, erstes Mal war es ein super Gefühl für mich, dass ich da habe, die von heute einlaufen. Vom Spielbeginn an war mir klar, dass es eine sehr schwere Aufgabe wird, in Harry zu entschärfen. Ich habe halt probiert, mein Bestes zu umgeben und ich glaube, das ist mir geglückt heute. Was war das Schwierige gegen Harald Czerny zu spielen? Schwieriger ist, man muss halt aufpassen auf die langen Bälle, die was am Ende spielen, dass es einem da nicht davongeht. Das habe ich probiert, dass ich das ablocken kann und ich glaube, das ist mir gelungen. Sie haben jetzt zu Saisonbeginn lange bei Rapid warten müssen, jetzt haben Sie Ihre Chance bekommen. Spekulieren Sie damit, dass das zu einem Stammlevel gereicht hat? Nein, das glaube ich auch nicht. Als Jungen muss man Geduld haben. Ich war bei so einem Verein, das habe ich gehabt, jetzt habe ich meine Chance gekriegt. Ob ich es genutzt habe, das muss bei anderen entscheiden, das kann ich nicht entscheiden. Ich glaube, die Leistung war in Ordnung und alles Weitere wird man sehen. Danke, Gerd Wimmer und der Ball wird weiter gespielt zu Michael Knöppel. Ja, ein gescheiter Burscht ist er, Gerd Wimmer. Das Gesicht werden wir uns merken müssen. Ernst Dagobell ist auch mit ihm, nehme ich an, sehr zufrieden. Ja, es war so bei ihm. Wir haben zu Beginn gesprochen und ich habe ihm gesagt, irgendwann wird seine Chance kommen. Jetzt hat er sie genützt und er ist eine Erwägung für das nächste Spiel und die Antwort hat mir auch sehr gut gefallen. Das Wichtigste an diesem Spiel waren die Tore, die schauen wir uns jetzt natürlich noch einmal an. Wir beginnen mit diesem ganz wichtigen, kurz vor der Pause. Was können Sie dazu sagen? Ja, herrliche Aktion, bei der mehrere Leute beteiligt waren, Brosenik, Penzer, Braun. Allerdings eine Situation, die ich auch noch nie gesehen habe, dass der Oberreferer den Schiedsrichter korrigiert. Von der Tribüne, also oben gesessen, ihr habt es gesehen. Ja, es war natürlich zu Recht, es war in Ordnung. Und das hat sehr viel entschieden. Wenn man hier sieht, wie Broten bei der Situation den Schiedsrichter attackiert, hat man gesehen, wie er geladen war. Da haben wir jetzt den Räferbeobachter, zeigt ihm deutlich die Nummer 4. Aber da hat man auch wieder gesehen, wie schwer es ist für die Schiedsrichter. Ja, natürlich. Es ist nicht leicht zu sehen, wer es ist. Uns war es egal, einer musste gehen. Und das Tor, ganz kurz vor der Pause, eine wahnsinnig wichtige Zeit, eine richtige Situation. Und dann der Ausschluss auch noch. Und dann war es in der Pause, dann konnten wir das System ändern, konnten noch besprechen, wie wir jetzt in der zweiten Hälfte spielen. Da kommt jetzt dieses Schüttel durch. Ich glaube, da muss man schon sagen, viel Glück dabei, weil man sitzt dann in der Zeitdoppe komplett abgefälscht. Ein Kind, der eigentlich kurz ausgeschlossen war, der hat ihn völlig rasiert. Vorbereitung von Pencil. Ich würde der Petterschüttel nicht gerne hören. Aber er hat sich schon lange nicht so geschossen und so getroffen. Ja, richtig. Und mit dem linken Fuß überhaupt. Aber das ist eben Fußball. Ich glaube, wir haben das Ganze auch noch in einer Superlupe. Fritz Melchert wird uns das jetzt noch einspielen. Ja, da sieht man schön, diesen... Das war eine herrliche Aktion von Marek. Sehr herrlich, ja. Und der war auch nicht leicht. Zweimal aufgesprungen. Ja, und eins haben wir dann noch. Das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Kommt jetzt. Das ist eine wunderbare Aktion. Das ist wirklich schön zum Anschauen. Herrlich gespielt. Wieder über mehrere Stationen, seitlich geflankt. Diese Dinge haben wir in der Pause besprochen. Wir haben gesagt, wir müssen Geduld haben. Wir müssen immer wieder über die Seite probieren. Und da ist es einmal vollgelungen, wo alles gepasst hat. Die Passes und auch die Flanke und drinnen der Abnehmer. Also es war ein herrliches Tor. Ich glaube, nur eines müssen Sie jetzt tun. Sie müssen ein bisschen die große Euphorie, die bis zu einem großen Sieg bei 3 zu 0 herrscht, ein bisschen einbremsen. Denn es hat sicher noch immer nicht alles gestimmt. Und das waren jetzt nicht die drei goldenen Schüsse aus der Krise von Rapid, oder? Nein, sicher nicht. Wir haben genug Prügelbeziehung in der letzten Zeit. Und das muss natürlich anhalten. Man kann das nicht nur einmal in den Europapokal so bringen. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir wissen jetzt, was zu tun ist, um gut zu spielen. Und das müssen wir jetzt weiter verfolgen. Gut, wünsche Ihnen alles Gute. Danke für den Besuch. Und damit geht es wieder hinauf ins Champions League-Studio. Gut, wünsche Ihnen alles Gute.